Und es wird nicht in der Abwehr laufen, dann... ...lust du kannst du denn nicht mehr. Dann geht es mir auf die Abwehr. Ich hoffe, dass wir uns in der Abwehr genommen haben. Ich hoffe, wir hätten uns nichts mit dem Feld verlangen. Esmaragd Turan steht dran da drüben Wo sind die Kisten? Ja, ist nicht lustig Hier bei mir Ist da Eine zu orangen Statue jetzt eigentlich Ich hab irgendwas gehört Hier ist ein Strecker, komm her, Mutti Da waren wir doch schon Aber die kommen noch nicht dran Ach so, da waren wir schon dran Wir sind eh zu orangen Dann jetzt Mein ich Muss mal nachladen, Mutti Wenn da eine Null steht, das keine Motion mehr Kann hier aber auch nicht runterspringen, nix, ne? Ja, wir müssen hier lang Ja Ja Seh also Oha Na klar Ich sag nur, weil wir die ganzen Töpfe kaputt gemacht haben Die ganzen Töpfe, da stehen die überhaupt nicht drauf Hoffentlich den hier essen drin oder was Hoffentlich den hier essen drin oder was Bleib doch einfach liegen, Bobbi Du musst immer, wenn der fliegt, erstmal hingehen gucken Und dann mit F Machst du diesen Tag, der unten ist Bist du angezeigt dann Dann sparst du mal ein, zwei Kugeln noch Bei manchen reicht's nicht Dann, äh, da stehen große oder ob Okay Okay Das war's halt, was ich verstehe Aber ich Mir sagt das Spiel gar nichts Also ich wüsste gar nicht, wie das Das Alles gesagt ist Guck dir mal an Vielleicht ist er das für mich Oder so Mal über irgendeinen Stream Ich brauche Munition, die Bobbys Das wird bestimmt interessant, wenn wir als nächstes dann Revelation spielen Weil dann Da siehst du mal, wie es so richtig ist Bei den E-Hool Da ist nichts mit Munition Da musst du jeden Schuss überlegen Den du machst Okay Ja Ja, ist mega abgefahren Aber cool Das ist auch nicht mit speichern Dann musst du mit Farbrennen und speichern Und so Das ist vielleicht so dann alles wie das ist Das ist ein Kopflos Du siehst eh deine Munition hier Hier kommt die Statur Und so Irgendwo laufen irgendwelche rum Ja Jetzt war es noch kurz ziehen So ein bisschen wie Kennst du die Kloser von früher? Die alten? Die alten? Wenn du so ein Das Wasser von oben hattest Mh So ziehen musst du es los Ah ja, stimmt Einen alten Klos Ja Ich glaub die nur bei uns gab im Osten oder auch im Westen, weiß ich nicht. Ah, ich dachte, die gab es im Westen auch. Das ist halt einfach die Erderziehung, weil die Hälfte erledigt. Wo ist die Kiste? Oh, ist die Musik auch weg, ne? Sind die jetzt einfach gegangen oder was? Oh, hier. Black Panther, weißt du? Ich bin auch eins. Black Panther, Blendgranaten, Black Panther. Krass. Ich geb dir die mal, weil du hast ja eh schon reden können. Das hab ich's dir grad gegeben und du hast mir jetzt alle was vorgegeben. Warte, ich hab noch was. Also. Ja, dankeschön. Kann ich ja brauchen. Kann ich mal jetzt hin? Ja, da brauchen wir jetzt keine Statue mehr angezeigt, oder? Oder da drüben die lila ne? Doch, da drüben die lila ne. Lila ne, ich würd's fragen. Da ist einer von der anderen Seite, oder? Ja. Nicht so einzeln noch, oder? Ist ja kaputt. Ah, okay. Ähm. Guck mal, wo die leuchtet. Ganz weit weg. Wo? Ich seh's nicht. Ich muss mal auf die Karte gucken. Ach, der M, die Karte. Wenn ich dran stehen muss, wird's links an. Okay, das seh ich nicht. Lass mich mal kurz, kannst du abbrechen? Ich will mal sehen, wo's ist, wird dann hinlaufen. Chris! Okay, eigentlich ist das immer symmetrisch gewesen, der Mist. Warte, sagst du? Da sind aber die Gegenüber irgendwo liegen, so irgendwo so ne? Nee, warte mal. Guck mal, ich glaub, unter uns war einer. Da bin ich alles täuscht. Ja, da ist er, genau. Wir bleiben mal oben, ich geh mal runter. Und wenn ich mal nicht hoch runter komme. Er springt hier runter. Hältst du mal oben? Ah, ne, da kommt's nur auf. Der Weg kommt hier drunter. Gehen wir die Treppe einfach runter, oder? Ist ja das Einfachste. Ja, würd ich auch machen. Bis wir einen anderen Weg gefunden haben, auch noch. Ja, bis wir einen anderen Weg gefunden haben, benutze ich die Treppe. So, in die Richtung. Und dann nach links. Ja. Ja, klar. Warte, wir machen aber trotzdem wieder, komm ins Gegner, aber wir machen trotzdem was auf. Zieh! Ah ja. Muss der zu mir runterkommen dann? Nein! Warum ist das nicht so viel? Die werden ab, oder? Nein. Wooh! Warum muss hier jemand mit schütteln? Komm, hol mal. Ja, was hast du davon, Junge? Denk ich ihn mit Zeva an hier. Zeva, bin schon weg. Wollen wir mal grob in die Richtung gehen schonmal? Wo komm ich denn da an? Gut! Ne, mach's mir langsam. Mehn! Uuuh! Ich bin voll. Ne! Ich bin voll. Ich kann nichts mehr aufnehmen und muss die Miene nehmen. Das ist mir scheißegal, wie du das machst. Aber wenn du Miene hoch mit den Kopf spielst oder so Ketten sehen könnt. Oder sowas ekvivalent. Warte mal kurz. Hast du irgendwas, was du mir geben kannst? Black Panther oder sowas? Hey, wieso kann ich dich jetzt nicht mehr bewegen? Das geht, aber du musst halt ziehen einfach. Anklicken und dann ziehen. Aber lernt's das. Das liegt sowieso nicht gegenüber. Das geht scheinbar nur in Verwaltungsmenü mit dem Verschieben. Kannst du alles? Da ist die nächste. Oh, die startet wohl. Tschüss! Ah! 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 Oh nein! Ach bitte! Das tut nicht! Ah! Lenkt ab, ich spich die Handkanade! Ich hab die Mühle gelegt! Oh! Oh! Woah! Ah! Oh! Oh! Schwierig, schwierig! Oh! 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 Oh, falsche Richtung So, klar, gut Danke Liegt Was soll ich denn jetzt schießen, dass ich nicht brauche? Andere Seite, gell? Ein Glück, Alter Scheiße, wie das hier aussieht Screenshot Okay, gut Haben wir geschafft Abgeformt Wir setzen unseren Weg mal fort Jetzt werden wir so still Ist ja ungewohnt gerade Und wieder die ganze Motion fort Das Spiel nervt mich echt Ist das richtig hier, ja? Ist der Weg, den wir gehen müssen? Ja Ja Das ist mal gut Zusammen drücken Bin mal gespannt The preparations are almost complete Rysel is secured Oh, I have my eyes set on something much bigger You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world I believe I've proven I'm worthy Have a night Perhaps you have Perhaps you have I'll be everything in your hands It appears your old friend Chris Redfield has come to pay you a visit Do I sense concern? The plan is in its final stages I will not tolerate delays It appears Yes The new superior Das Recht ist in meiner Meinung. Ich glaube, ich sollte dir Spenser bedanken. Ja, das wird nochmal eine harte Geschichte, glaube ich. Am Ende. Bis zum nächsten Mal.